Paulchen wieder beim Boxenstopp. Da hat er jetzt Insektenleckerli drin. Das Zeug scheint ihn zu schmecken. War Paul? Kleiner Scheißer. Halb 7. Frühaufsteher Paul. Und alle müssen mitmachen. War Paul? Ja, herrlich schöner, strahlender blauer Himmel. Ja, schön ruhig. Was haben wir heute den Tag? Mittwoch? Na ja, ist doch erst halb sieben. So, die sind, die haben ausgeblüht. Das scheint noch zu kommen. Mal sehen. Da kommt eine Blüte. Ach, mein Zoom haut auch nicht mehr so richtig hin. Verschwindet, immer verschwammt. Alles verschwammt. Na, Paul? Ja, werf bloß keinen Blick hier rein. Ja, fein. Na, siehst du, was geht doch alles mit dir? Nicht? Was geht doch mit dir? Ja. Ja, das Katzengras ist einmal frei. Ist das schon über eine Woche steht das jetzt da. Ich sag ja, man soll ruhig mal einen Euro mehr ausgeben. Da braucht man wirklich Qualität. Denn das Billig Katzengras, das ist immer so nach einer Woche, anderthalb Wochen ist das immer hin. So, ich hab was zu tun. Ich muss die Kommentare beantworten, die danach gekommen sind. Und dann müsste ich meinen Kaffee trinken. Tja, das ist mein bescheidiges Frühstück. Arme Leute essen. So. Naja, das reicht ja, wa? Oh, das sind ja fast vier Minuten. Und das am frühen Morgen. Noch mal einen Blick zu Paul. Der will näher gucken. Jut, das war's jetzt wirklich. Wie spät ist er jetzt nochmal auf der Uhr? Tja.